Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Review Rehbergabe. Der ein oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben, meine Rehbergabe sieht nicht mehr so aus, wie ich sie mir vor 8 Monaten mal gekauft habe. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht auch sagen, ach der hat die ja nur gecleant, also die Dekore abgemacht, hat sich anderes Dekor drauf gemacht. Nein, es ist nicht so, es ist ein neues Casting. Und warum, das sag ich euch jetzt. Und es ist kalt in Deutschland, ich muss mir jetzt erstmal eine Jacke anziehen. Okay, gerade war noch nicht so kühl. Jacke an, Tür zu und jetzt geht's zum Review. Und jetzt wollt ihr auch bestimmt wissen, warum ich ein neues Casting an meiner Rehbergabel habe. Das ist passiert. Jetzt denkt sich bestimmt jeder, jetzt rastet der richtig aus, jetzt zieht der nur so über Rockshocks her, jetzt gibt der riesig einen auf den Deckel. Nein, warum? Es kann immer mal was kaputt gehen. Auch teure Sachen gehen kaputt. Nur billige Sachen, die gehen ein bisschen schneller kaputt. Aber trotzdem möchte ich euch in Kurzfassung etwas dazu erzählen. Natürlich habe ich dann Garantie in Anspruch nehmen wollen und habe die Gabel dementsprechend weggeschickt. Und wie das so will, Rockshocks hat abgelehnt. Das Casting ist gebrochen. Da war die Gabel noch keine 6 Monate alt. Für mich als Verbraucher zählt dann natürlich die gesetzliche Gewährleistung. Heißt, der Hersteller ist innerhalb der ersten 6 Monate dazu verpflichtet, dass es kein Materialfehler ist, bzw. dass es selbstverschuldet ist, dir als Verbraucher oder mir als Verbraucher nachzuweisen, dass ich daran schuld bin. Oder dass du daran schuld bist. Natürlich hat Rockshocks versucht, mir zu beweisen, dass ich schuld daran bin, dass das Casting gebrochen ist. Wie gesagt, ich ziehe mir über nichts her. Dazu werde ich gleich noch Stellung nehmen. Aber ich muss das natürlich aufgrund des Reviews, weil mir das Casting gebrochen ist, das kann ich euch leider nicht vorenthalten, muss ich das so erwähnen, wie der Ablauf in Kurzfassung gewesen ist. Die erste Aussage von Rockshocks war, das Casting ist gebrochen, weil ein falsch montiertes oder loses, lockeres Vorderrad in der Gabe war. Leute, ich packe mich am Kopf, ey. Ich fahre mich im Busch mit einem lockeren Vorderrad. Was ist das für eine Aussage? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch lächerlich. Und falsch montiert? Ey, wir sind alle nicht fehlerfrei. Natürlich macht jeder mal einen Fehler. Aber wer so ein bisschen meine Videos verfolgt, sieht, ich gehe nicht gerade zimperlich mit den Sachen um. Ich bin jetzt nicht der super Downhill-Fahrer oder der super Fahrer. Nein, ich mache das Ganze aus sportlichen Gründen, weil ich Spaß daran habe, im Wald ein bisschen Böschen zu gehen, ein paar Trails zu fahren. Ich will mich austoben und ich möchte natürlich auch mein Gewicht halten, dass ich nicht wieder extrem zunehme. Und es macht mir halt auch Spaß, die Natur zu genießen und das mit euch natürlich auch teilweise zu teilen. Also werde ich den Teufel tun, mit einem lockeren Vorderrad rumzufahren. Aber wie gesagt, Rockshox hat das behauptet. Da bin ich auch ganz ehrlich. Rockshox hat gesagt, es sind Klemmspuren unten, wo der Schnellspanner ist, wo die Namenaufnahme ist. Und es sind Schleifspuren im Aluminium des Castings. Aluminium? Es steht in der E-Mail Aluminium. Haben die sich verschrieben? Das ist doch Magnesium, oder? Egal. Selbstverständlich konnte ich nicht nachweisen, dass diese Schleifspuren nicht durch ein falsch montiertes und lockeres Vorderrad ist. Und dass die Klemmspuren dadurch auch nicht kommen. Weil diese Klemmspuren sind gerade bei Schnellspannern relativ normal. Wenn man häufiger mal ein Vorderrad ein- und ausbaut, weil man vielleicht auch einen Schlauch wechseln muss, passiert das halt nun mal. Es sind kleine Zähne dran. Und da kann das schon mal passieren, dass solche Klemmspuren vorhanden sind. Habe ich bei meiner anderen Gabel auch. Also schon mal absolut haltlos. Die Schleifspuren kommen nicht durch ein lockeres Vorderrad. Das konnte ich auch nachweisen. Und nicht nur aus dem Grund, da Zeugen mit vorhanden waren. Sondern die Schleifspuren kamen daher, wenn die Gabel eingefedert hat oder auch ich gebremst habe. Durch das gebrochene Casting hat sich das Vorderrad verkantert. Und ist selbst während der Fahrt natürlich, da das Vorderrad nicht mehr gerade drin saß und durch die Verkantung an das Casting gekommen. Und hat da geschliffen. Jetzt fahre ich einen relativ niedrigen Reifendruck. Ich habe 1,8 Bar bis 2,0 Bar. Je nach Wetterverhältnisse bei mir am Fahrrad vorne auf den Reifen. Und hinten 2,0 Bar bis 2,2 Bar. Dadurch habe ich natürlich einen geringeren Abstand zur Gabel. Etwa einen halben Millimeter rechts und links. Und dadurch kann auch so ein Vorderrad schleifen, wenn das Casting gebrochen ist und keine Spurstabilität mehr gegeben ist. Jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, hat er denn nicht gesehen, dass das gebrochen ist? Nein, habe ich nicht. Es gab auf einmal einen Knall. Das hörte sich an, als ob eine Speicher gerissen ist. Ich wusste auch nicht, war das bei mir, war das bei einem Kollegen. Das konnte keiner irgendwie verifizieren. Oder nachvollziehen. Oder orten. Es gab auf einmal einen Knall. Und das hörte sich so an, wie eine reißende Speicher. Ja, ist klar. Auf einer Speicher ist Spannung. Und wenn die Reißer macht, dann beng. Auf alle Fälle habe ich erstmal bei mir die Speichen alle kontrolliert. Habe den Rahmen kontrolliert. Habe natürlich auch eine Sichtprüfung gemacht. Habe nichts gesehen. Nichts festgestellt. Die Kollegen haben bei sich auch nochmal die Speichen geprüft. Weil natürlich keiner wusste, woher jetzt dieser Knall gekommen ist. Der war auf einmal da. Haben uns dann nichts Großartiges bei gedacht. Sind ein Stück weiter gefahren. Und da ist mir dann aufgefallen, ey, irgendwie ist das doch alles so schwammig. Das war doch gerade gar nicht so schwammig. Aus meinem Blickwinkel heraus konnte ich aber nicht sehen, da mein Lenker und mein Vorbau aus meiner Position aus direkt über diesem Bügel sind, dass das Casting gebrochen war. Jetzt sagte mein Kumpel, der hinter mir gefahren ist, ey, Alter, irgendwas stimmt mit deinem Rad vorne nicht, ey. Merkst du das nicht? Da sage ich, doch. Das ist irgendwie schwammig. Vor allem, wenn ich bremse. Ich habe gestiegen geguckt, nichts gesehen. Ich mich mal drauf gesetzt. provisorisch ein bisschen weiter nach vorne gebeugt und mal eingefedert und mal geguckt. Und da habe ich gesehen, puh, Casting kaputt. Zum Glück war es hier in der Hard bei mir zu Hause mit Kumpels. Also wir waren nicht irgendwie auf großer Tour. Ja, da war ich schon mal ganz zufrieden. Fahrrad aufgeladen. Ich so eine Bürste gehabt. Ja, rot und rotblutig unter laufende Augen. Der Qualm kam mir noch aus der Ohren. Ich habe gesagt, was für ein Scheiß. Am liebsten hätte ich mein Bike verbuddelt irgendwo im Wald. Daraufhin hat Tocsos gesagt, okay, du hast uns jetzt nachgewiesen, obwohl du es eigentlich nicht hättest machen müssen. Du hast das Vorderrad nicht falsch eingebaut. Sagen wir jetzt aber, dir ist was gegen die Gabel geknallt. Da sind deutliche Spuren davon, dass irgendwas fest gegen die Gabel geschlagen ist. Natürlich, ich bin mal weggerutscht. Ich fahre im Gelände. Ich habe mich auch mal auf die Seite gelegt. Es war auch mal der Lenker verbogen oder der Bremssegel verbogen. Aber grundsätzlich bricht durch sowas keine Rebergabe oder generell kein Casting von der Gabel. Bevor so ein Casting bricht, da muss schon richtig was passieren. Wie zum Beispiel gegen eine Mauer fahren. Oder mit einem Hammer draufhauen. Oder er fährt ein Auto drüber. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Wann so ein Casting brechen kann. Keines dieser Varianten, die ich euch jetzt hier genannt habe, ist bei mir passiert. Es ist halt gebrochen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage. Wie kommt RockShox dazu, erst zu behaupten, es wäre ein falsch eingebautes Vorderrad gewesen? Nachdem ich das aber nachgewiesen habe, dass das überhaupt nicht möglich ist, dass ich das Vorderrad falsch eingebaut habe. Dann zu behaupten, mir ist was dagegen geknallt, kann passieren. Ja, natürlich. Da kann immer was gegenknallen. Lassen wir das alles mal dahingestellt sein. RockShox hat mir im gleichen Atemzug eine Kulanzreparatur angeboten. Als ich das Kulanzangebot von RockShox bekommen habe, war für mich natürlich von vornherein klar, ey, das ist ja noch teurer, als wenn ich es selber repariere. Habe dann nochmal in den Wald reingerufen, habe gesagt, was auf, ihr erwartet eigentlich, dass ihr das macht. So gab ein Wort das andere und RockShox hat daraufhin die Gabel kommentarlos, ohne irgendeinen Bericht zurückgeschickt und hat auch gesagt, so, weil du jetzt gesagt hast, nein, das kann nicht so sein und weil du auch gesagt hast, du würdest dann halt das Ganze versuchen, über einen Anwalt zu regeln, lehnen wir auch die Kulanzreparatur ab. Lasst euch davon jetzt nicht ins Boxhorn jagen oder abschrecken. Das ist meine persönliche Meinung, mein persönliches Empfinden, meine persönliche Erfahrung, die ich euch hier heute mitgeteilt habe. Ich kann nichts Negatives berichten, abgesehen von der Kommunikation zwischen Hersteller und mir, dem Endverbraucher. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Nur weil das Casting hier bei mir gebrochen ist, heißt es ja nicht, dass es eine schlechte Gabel ist. Technisch kann ich diese Gabel wirklich empfehlen. Sie ist absolut spurstabil, sie ist super zu handeln, sie arbeitet, sie tut ihre Dienste, sie ist individuell auf die persönlichen Bedürfnisse einstellbar und was natürlich auch noch ein riesen Faktor ist, der mitzählt, die Optik, die die Gabel bietet. Bedeutet, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch diese Gabel neu zu kaufen, kauft sie euch. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Habt ihr vielleicht keine 400 Euro über und ihr habt die Möglichkeit, ein Vorgängermodell 2014, 2015, irgendwie was, ein Jahr oder anderthalb Jahre alt ist, gebraucht zu erhaschen für vielleicht den halben Preis oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Schlagt zu. Kauft euch noch ein Service-Kit dazu. Macht dann noch ein Service, wenn ihr so eine Gabel gebraucht gekauft habt. Selbst wenn drin steht, Service wird gemacht, macht es einfach, geht auf Nummer sicher, kauft euch diese Gabel, baut sie ein, habt Spaß damit. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Rein von der Funktion her, von der Fahrstabilität her und natürlich auch von der Optik her. Was für Erfahrungen habt ihr denn jetzt schon im Bereich von Kulanz oder Garantie gemacht? Habt ihr euch euer Fahrrad beim Fachhändler gekauft? Oder im Internet gekauft? Oder vielleicht sogar so wie ich, alles einzeln gekauft und selber zusammengebaut, auf euch speziell, auf eure Wünsche abgestimmt? Schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare, es würde mich wirklich sehr interessieren. Mehr kann ich jetzt im Moment nicht dazu sagen. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Review ein bisschen was anfangen und fasst das jetzt überhaupt nicht negativ auf. Es ist kein negatives Review, ganz im Gegenteil. Meine persönliche Erfahrung muss ich euch natürlich mitteilen, weil ihr danach gefragt habt. Auch natürlich den Ablauf. Das Casting ist gebrochen, also muss ich euch das wiedergeben. Habt ihr spezielle Anregungen, Wünsche, Kritik? Fehlt irgendwas in dem Video? Habt ihr Fragen zu diesem Video, zu dem Review oder was als nächstes kommt? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich werde es so schnell wie möglich beantworten und werde versuchen, jeden Wunsch, den ihr habt, auch zu erfüllen, sofern ich ihn erfüllen kann. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Hat euch das Video nicht gefallen, dürft ihr auch einen Daumen nach unten geben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus. Ciao, bis zum nächsten Video.